Das geht los! Das erste On-Ride von Infinity von mir! Ich bin jetzt auf der Mitte! Ich bin jetzt auf der Mitte! Juhu! Boah, es ist hoch! Meine Güte! Es zieht in den Füßen! Hi! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Auf die Füße! Jawohl! Schaukei! Boah! So, haben wir uns mitbekommen, und wir haben gesagt, Freunde, also mal wieder. Wir haben's geschafft. Coole Fahrt. Die Bügelgrabbers nach Ungarn mit links ist unser Ausgang.